Ist schon ein schöner Trecker, ne? Ich glaube, den können wir uns tatsächlich auch mal tatsächlich mal kaufen. Der ist schon cool. Können wir noch nicht voll? Schluckt aber viel, ne? Zack. Fertig. K? Zurückgeben. Muss ich nichts für bezahlen. Alles klar. Wunderbar. Hat doch wunderbar geklappt. Das war doch echt gut. Ah, hier habt ihr euch aufgehängt. Das ist aber auch witzig. Abfahrer entlassen. Das ist ja witzig. Da haben sie natürlich genau die eine Engstelle gefunden. Witzig. So, wie sieht das hier so aus? Was macht der Mähdrescher? Oh, dass das hier so gut funktioniert, wundert mich eigentlich auch ein bisschen. Aber okay. Es funktioniert halt. So ist das manchmal mit Cursed Boy. Manchmal funktioniert es einfach. Äh, manchmal funktionieren einige Sachen einfach nicht. Okay. Kann ich den einfach wieder draufwerfen? Ja. Ja. Seht ihr, musste ich noch nicht mal was machen. Ja, die Bäume hier am Feldrand, ne? Die sind halt so ein bisschen brutal. Greifen einfach so mal einen Mähdrescher an. Wir werden nochmal den zweiten Mähdrescher noch dazu holen. Äh, beziehungsweise ich will einmal noch weiter durchtappen, was noch so zu sehen ist. Wie sieht das hier eigentlich aus? Wie voll ist das Ding noch? 27% nur noch drin. Aber viel ist es nicht mehr. Müssen wir bald wieder mit Forst ein bisschen Geld machen. Äh, habe ich irgendein Fahrzeug gerade frei? Ne, ne? Ach doch, hier, guck mal. Dann würde ich mal gerne zu einem Mission Board fahren. Und zwar bei Nordzug als eins. Mal gucken, ob wir noch irgendwas verkaufen können jetzt so, äh, in den letzten Zügen. Äh, weil ich sehe nämlich gerade schon, wir sind bei, bei fast zwei Stunden schon. Deswegen wird das hier wahrscheinlich die letzte Folge sein für eine Aufnahmestation. Dann können wir mal in der letzten Folge nochmal schnell, das ist jetzt auch die Folge für den, äh, quasi für den Sonntagabend, nochmal schnell ein bisschen was, äh, missionsmäßiges verkaufen. Vielleicht ist es Sonntagabend, vielleicht ist es auch Sonntagmorgen, je nachdem. Ihr wisst ja, wie das ist. Ihr wisst ja, wie ist es. Wäre ja cool, wenn wir irgendwas verkaufen könnten noch, ne? Hier müsste ich auch noch was ändern an der Strecke. Gerade wenn man, äh, wenn wir selber Holz wegfahren oder so. So, keine, keine Mission, keine, was? Keine, keine Mission? Schade. Keine Missions. Schade, schade. Und hier sind wir ja letztens trotzdem auch mit dem Anhänger hängen geblieben beim Rausfahren. Das war auch ein bisschen uncool. Aber naja. Guti, ähm, dann würde ich sagen, ja, schade, hat das nicht funktioniert. Haben wir keine Mission mehr gekriegt. Dann holen wir jetzt den Mähdrescher rüber, den anderen, äh, quasi Klaus, ne? Ja, genau. Dann holen wir Klaus rüber. Dann kann er auch nochmal ein bisschen Mähdreschen. Mähdreschen. Dann kann er auch noch ein bisschen, äh, Gerste mitdreschen. Und, ah, guck mal, der, der Azubi ist bei einer Überladezone, an der Überladestelle. Und kippt kräftig in den Container rein. Das ist echt nice. Rein theoretisch kann ich jetzt noch einen zweiten Container holen. Rein theoretisch kann ich noch einen zweiten Container holen. In den dann auch noch reingeworfen wird. Gut, dann fahren wir den mal kurz rüber. D, 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 d. Ach ja. So. Einmal kurz rüber zum Feld. Das hat er denn für eine Strecke drin, ne? Nehmen wir mal raus. Du kannst dir eigentlich schon mal die Strecke vom Feld 27 gönnen. Oh. D, 27, d. Äh, genau. Die können wir uns schon mal gönnen. Weil dann werden wir nämlich gleich, äh, mit dem anderen Mähdrescher das Feld abarbeiten. Ich glaube, ich werde hier geradeaus durchfahren. Ähm, dann fahren wir nicht an den anderen Feldern vorbei. Dann fahren wir über die andere Brücke rüber. Und dann sind wir auch gleich hinten schon bei dem Feld 27. Quasi. Quasi. D, 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 d. So. Ähm. Sampo hat durchdrehende Reifen und der Steier Multi muss aufgetankt werden. Warum hat denn der, der Sampo, äh, durchdrehende Reifen? Was machst du da? Abfahrer entlassen. Wo bist du denn hingefahren? Ah, interessant. Ach so. Der wollte hier wieder. Ja gut, okay. Das sind halt diese Anfänge immer, ne? Das sind immer die Anfänge von diesen Anfängern. So, zack. Das ist einmal eingestellt. Das stelle ich immer gerne wieder, wenn ich sie neu draufsetze, immer gerne auf den ersten Wegpunkt, damit sie einmal so geresettet werden. Damit sie einmal resettet werden. So, jetzt holen wir uns die andere Misch, äh, jetzt holen wir uns Klaus wieder und dann gehen wir jetzt damit weiter. Ist Klaus, ne? Nicht, dass ich gerade wieder ausgekehrt habe. Ach, nee, ist Klaus. Alles klar. D, 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 d. Ach ja. Ich kann das natürlich so machen. Ne, bringt ja auch nichts. Wenn ich den Schneidwerksanhänger anders male, dann bringt das ja auch nichts. Dann kann ich sie ja nur unterscheiden, wenn sie den Anhänger dran haben. Das ist ja genauso das gleiche gewesen wie bei Sepp und Karl. Das hat ja auch nur funktioniert, solange sie den, äh, unterschiedliche Anhänger dran hatten. Sobald sie, äh, ohne Anhänger oder mit anderen Anhängern unterwegs waren, war es ja schon wieder hinfort. Aber da haben wir jetzt ja Abhilfe geschaffen. Das werden wir auch demnächst mit Stefan und Matthias machen. Weil, das hoffe ich mal, dass wir das in der nächsten Aufnahmestation hinkriegen. Dass wir dann für die irgendwas, äh, organisiert bekommen. Müssten wir eigentlich. Außer natürlich, es kommt schon wieder, äh, bis, heute ist Montag, bis Freitag wieder 100 Abonnenten dazu. Was ich nicht schlimm finden würde, auf gar keinen Fall. Ähm, aber dann müsste ich wieder Kühe kaufen. Was ich aber auch gerne mache. Also, es ist jetzt nicht, äh, böse oder schlimm gemeint. Ich kaufe liebend gerne in meinem Let's Play Kühe. Ich finde, Kühe kaufen ist gut. Außerdem kommt ja Geld rein. Und wenn, äh, es dann doch mal so sein sollte, dass, äh, dass eine gewisse Geldknappheit da ist, dann machen wir halt mal Forst. Dann machen wir Forst aber mit, äh, mit Hackschnitzel. Na, dann hackschnitzeln wir mal ein bisschen. Ich glaube, das ist auch ganz cool. Dann hackschnitzeln wir ein bisschen. Und, ähm, ja, Hackschnitzel haben halt immer so einen schwankenden Preis, ne. Und da liegen auch Preisschwankungen. Dann müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Oder ob wir nur vielleicht ein, zwei Anhänger voll Hackschnitzeln. Ich weiß es noch nicht. Oder einfach nur wieder weiter normal Holz machen. Mal gucken. Ich finde Forst nämlich, äh, auch sehr, sehr schön. Ich finde das unterhaltsam, ein bisschen Forst zu machen. Schön immer reinfahren mit der, mit Scorpion King, da die Stämme rausholen. Danach dann aufladen. Das ist etwas, was ich gerne mache. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist etwas, was ich wirklich gerne mache. Ja, der Steyr Multi muss aufgetankt werden, ne. Der wird auch gar nicht an der Tankstelle vorbeikommen, leider. Dadurch, dass er, wenn er auf den Hof fährt, äh, hat er immer direkt die, die Strecke drinnen, drin zum, ne, zur Saatgut. Und da kommt er gar nicht an der Tankstelle vorbei. Das ist ein bisschen ärgerlich. Müsste ich mir auch noch was einfallen lassen, ob ich mir nicht ein mobiles, äh, Tankfass besorge. Und dann mit einem Trecker rumfahre und die, äh, Fahrzeuge gegebenenfalls was brauchen auftanken. Das habe ich auf der LS Extreme auch immer gemacht. Gerade für die Fahrzeuge, die, äh, ja, hauptsächlich auf den Feldern unterwegs sind. So, jetzt werde ich hier mal eine Schneise reinhauen in das Feld. Das werde ich jetzt mal teilen. Genau. Äh, Maschine angeworfen. Das kann ich eigentlich selber mal fahren. Das sollte ich noch hinkriegen. Da kann ich nämlich auch gleichzeitig die Strohablage umstellen. So, dann muss ich auch gleich wieder zurückfahren. Also rauf und runter, damit die Schneise groß genug ist. Damit die beiden Felder dann tatsächlich voneinander getrennt sind. Äh, das müssen wir noch einstellen. Aber ich werde ihn, glaube ich, gleich erstmal stoppen. Damit der Azubi vorbeifahren kann. Obwohl. Ja. Fahr mal vorbei, Azubi. Ich hatte jetzt noch die Hoffnung, dass er vorher rausfährt. Aber wo ist er denn überhaupt? Na, 95% hat er gerade. Alles klar. Dann kann er ja. Dann bleibt er auf einem anderen Stück. Ist ja nicht so schlimm. Oha. Was? Der Mietvertrag? Ne, warte mal. Das ist der Mietvertrag für... Für was ist das der Mietvertrag, der jetzt gerade aussieht? Ach so, für den, äh... Ursus. Alles klar. So. Das zweite Stück darunter kann er jetzt selber machen. Da stellen wir ihn mal ein. Ja, das sieht gut aus. Und das kann weg. Dann stellen wir den Kollegen noch dazu ein. Und dann passt das eigentlich. Jetzt ist nämlich diese Kluft breit genug, dass keiner von denen auf die Idee kommt, rüberzufahren auf das andere Stück. Und irgendwann können wir dann tatsächlich auch mit, ähm... Mit zwei Mähdreschern im Versatz tatsächlich fahren und mit Überladewagen das machen. Äh... Das habe ich nämlich jetzt auch so ein bisschen ausprobiert auf der Landwehrkanal. Es ist noch nicht so ganz perfekt, aber... Ich habe da so noch ein, zwei Ideen, was man da so machen kann. Aber alleine das ist auch schon ein geiles Bild, ne? Es war schade, dass sie nicht im Versatz fahren können. Dann hast du immer diese... diesen Workaround nutzen musst, dass du das Feld trennst. Aber okay. Na, der ist am Überladepunkt. Psst. Der ist fast... Das... Das... Der Container ist so riesig. Wow. Ist wirklich riesig, ne? Wenn ich das jetzt mal wegnehme, dann habe ich wieder ein episches Bild. Da können die echt einige Male reinschmeißen. Was ist los mit ihm? Kollision, oder was? Kollisionskontrolle? Spinnt sie rum? Ey. Kann gut sein, ne? Dass er sagt, hier, ich möchte da nicht weiterfahren, weil... Ja. Er wollte da nicht weiterfahren, weil er Angst hatte, in den anderen Mähdrescher reinzufahren. Ist die Collie an? Ne, ist eigentlich doch, oder? Ne, ist nicht an, oder? Ne, jetzt ist es aus. Alles klar. Wir können das aber mal anmachen, weil das gar nicht doof ist. Das können wir auch bei dem anderen auch mal anmachen, weil... Dann fahren die sich nicht immer so arschig rein. Der ist auch an, alles klar. Dann fahren die sich nicht volle Karacho immer rein in den Mähdrescher. Ist eigentlich ganz gut. So. Was ist hier los? Achso, du willst aufgetankt werden, ne? Wollen wir die Strecke mal abspeichern? Ich weiß, ich habe da schon irgendwas abgespeichert in Feld 3 mal. Für 3 Meter. Dann machen wir jetzt... Feld... Feld 3. Sehen. 2 Meter ist das ja. Zack. Dann haben wir nämlich hier die komplette Strecke. Einmal abgespeichert. Gespeichert. Na, ist gut. Ja, du musst aufgetankt werden. Ja, schade. Müssen wir mal gucken, wie wir da eigentlich Sprit hinkriegen. Wann wir da Sprit hinkriegen. Wie wir das machen, keine Ahnung. Weiß ich noch nicht. So, die sind hier noch am Drehen. Ah, das sieht auch cool aus. Ich würde das mal mal interessieren. Wie viel haben wir da jetzt eigentlich schon reingekriegt? Das kann mal weg. Das kann... Achso. Das ist meine Maus. Maus. Ja, siehst du, das wusste ich doch. Jetzt habe ich schon wieder rausgetappt. Wo ist die denn jetzt schon wieder da? Da gab es nämlich ganz kurz jetzt mal keinen Spiele-Sound. Bist du schon an der Wege, ja? Oh ja. Dann lass mich doch mal kurz gucken. Äh, Entschuldigung. Entschuldigung. Tut mir leid. Tut mir leid. Lass mal kurz gucken, wie voll das Farsi-Luft schon ist. Oh, oh, nein. Wie viel ist da noch drin? Wie viel Geld können wir noch erwarten ungefähr? Naja, 200... Über 250.000 noch. Alles klar. Das reicht noch ein bisschen. Hier ist nichts drin. Und hier ist schon 250.000 drinne fast. Ja, ne? Ja. 24 Prozent. Das dauert noch ein bisschen, bis das voll ist, das Ding, ne? Wir müssen da echt gucken, dass wir Mais anpflanzen. Und dementsprechend wegkäxeln. Müssen wir mal gucken, welche Felder groß genug sind dafür. Ich glaube hier das Feld, äh, 12 hier vorne würde sich anbieten. Weil das war ja auch mal ein Maisfeld. Äh, das war wahrscheinlich sehr teuer, ne? Wo ist denn das Schild dafür? Ich glaube, das ist da vorne. Aha. Erstmal kurz hinjumpen und laufe. Mal ganz, ganz kurz. Ja, da vorne ist das Schild. Mal ganz kurz gucken, wie viel das kostet. Vielleicht wäre das ja, äh, die Anschaffung für die nächste Aufnahmesession. Dass man sagt, okay, wir schaffen uns hier so ein größeres Feld ein, auf dem wir, ja, Mais häxeln können. Oh, oh, das ist das Schild für da drüben, ne? Äh. Wo ist denn das? Komm, wir fahren mal schnell hin. Da fahren wir jetzt nochmal schnell hin. Das will ich jetzt wissen. Dann gucken wir mal weiter. Und zwar ist das da 17, genau. Das ist nämlich hier vorne schon das Feld. Siehst du? Aber wo ist das Schildchen, dass ich das kaufen kann? Da steht nichts. Oder ist das schon meins? Ne, 12 ist nicht 9. Da steht nichts. Da vorne ist es, ne? Ja, da vorne ist das Schildchen. Aber das ist nämlich ein schön großes Feld. Und das ist dicht an der BGA. Ja, das sind ja zwei Sachen, die schon mal richtig gut sind. So, wie viel willst du haben? 176.000 ist natürlich ein ganz schöner Schnack, ne? Das ist ein ganz schöner Schnack, muss man ganz ehrlich sagen. Das hat man nicht mal eben so. So, er fährt da raus. Er steht da rum. Er kann auch erstmal stehen bleiben. Ah, cool. Das Ziel wird echt bald fertig, ne? Das wird... Das dauert nicht mehr lange. Das dauert nicht mehr lange. Oh. Wieso bist du denn diesmal so weit vorgerutscht? Ah, deswegen kommt auch immer dieses, äh... Dieses Geknicke zustande. Wie viel ist denn da noch drin, eigentlich? Das kann auch nicht mehr viel sein, oder? Zwei, drei Schubladen noch. Äh, Schubladen, Schaufeln noch. Ja, zwei, drei Schaufeln noch. Alles klar. Dann nehmen wir das noch so hin. Aber eigentlich ist das nicht schön, ne? Müsst du eigentlich noch mal einen kleinen Flicken vormachen. Der bräuchte mir eigentlich noch einen ganz kleinen Flicken, dass er ein bisschen weiter... ähm, ein bisschen weiter zurücksteht. Aber naja. Na guti. Ich steig mal raus. Ich geh mal rüber zu euch. Wo seid ihr denn? Oh, ich hab ne Münze gefunden. Wo seid ihr denn überhaupt? Ah, da seid ihr alle. Guckt mal. Hallo. Nein, natürlich sind meine Abonnenten keine Kühe, sondern es wird für jeden Abonnenten eine Kuh in den Kuhstall gestellt. Und das hier ist zum Beispiel die Kuh für den, äh... Ich glaub, das war für den 251. Abonnenten. Ja, genau. Genau. Und da hinten ist die Kuh... Warte mal. Ne, nicht du. Da hinten die, äh... Rotbunte. Das war, glaub ich, die Kuh für den... Ah, bist du das? Warte mal, zeig mal her dein Ohr. Ja, ne. Oh, andere Seite. Ah, da steht das. Das war für den 127. Abonnenten. Ah ja, alles klar. Ja, feine Tiere. Na gut, Leute. Äh, mit diesem wunderbaren Blick über die Wiese verabschiede ich mich auch aus dieser Aufnahme-Session. Äh, bedanke mich bei euch ganz recht herzlich fürs Einschalten und fürs Zuschauen. Für die Abonnenten, äh, für die Abos, die reingekommen sind, für den Support, für die Kommentare, für das Feedback, für alles. Dankeschön. Dankeschön dafür. Danke. Und, äh, ich wünsche euch noch einen schönen Sonntagabend und viel Spaß bei, was auch immer. Ich weiß es nicht. Viel Spaß noch einen schönen Sonntagabend. Haut rein. Bye, bye. So, meine Freunde. Das war es auch wieder mit dieser Folge. Ich bedanke mich bei euch ganz recht herzlich fürs Einschalten, Zuschauen, Reinschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch gerne noch ein Like da, beziehungsweise ein Abo, falls du meinen Channel noch nicht abonniert hast. So, des Weiteren findet ihr auf dieser wunderbaren Seite, jetzt auf der linken Seite, einen Link zum vorherigen Video, falls du quer eingestiegen bist. Und auf der rechten Seite findest du einen Link zur gesamten Playlist, wo du alle Folgen von dem Farming Simulator 2015 auf der MapTour, was du dir anschauen kannst. Ich bedanke mich ganz herzlich dafür, dass du reingeschaut hast und wünsche dir noch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.